There is a great horror beneath the manor, a crawling chaos that must be destroyed. Dann schauen wir mal, wohin wir als nächstes wandern. Wie gesagt, mit der Truppe da unten können wir nicht, denn die sind alle leider... Wir müssten eigentlich wieder mal Maja. Wir brauchen noch mal ein kleines bisschen Gold, denke ich. Das wir mit Maja und vielleicht Harlekin, obwohl der schon ganz schön gestresst ist. Wir könnten dreimal Tierschrein aktivieren, könnten wir mal wieder ins Labyrinth. Wäre ja auch mal eine Idee, oder? Was bekommen wir denn da? Plus Stress schon, das ist immer blöd, ne? Was ist denn eigentlich... Was gibt's denn eigentlich hier? Plus 100% verbrauchte Nahrung, wir bilden sowas. Plus 20% Widerstand gegen Bewegen? Hm. Hier habe ich noch gar nichts gemacht, ne? Wollen wir mal? An increasing stockpile of curious trinkets, gathered from forbidden places. Wollen wir mal schauen, ne? Vielleicht bekommen wir da mal was schönes, obwohl wir nie das Geld dafür haben. Dann lieber hier das noch ausbauen. Dann haben wir... Das machen wir jetzt nicht eigentlich... Ich bin der Meinung, wir haben alles ausgebaut, ne? Was auszubauen geht. Denke ich. Also dort lässt sich nichts mehr machen. Wir hätten noch einen Narren. Ne... Achso, wir haben ja einen... Wen haben wir denn... Moment mal, wir haben ja einen verloren. Moment, wen haben wir denn verloren? Ach, Luisa! Ja... Oh man... Stimmt, Luisa... Dann warten wir mal wieder auf eine Vesthalin, lieber. Oder? Wir haben eigentlich drei Vesthalin, also geht eigentlich, ne? Warte mal, wir haben doch, glaube ich, keinen Narren mehr. Wir haben nur Harlekin, ne? Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, weil wir Schilm verloren. Komm, wir nehmen den mit. Komm, Lovett! Ach, das ist ein schöner Name, Lovett. Das lassen wir mal. Lassen wir Lovett, Lovett sein. Diesmal. Lassen wir Lovett, Lovett sein? Auf alle Fälle, ne? Ach ne, wir haben die Maske. Entschuldigung. Ah, dann ist Quatsch. Ne, Lovett, dann kommst du wieder raus. So, warten wir mal, ob noch was kommt. Noch was Schönes. Useless. Useless! Mhm. So, ja, dann... Ähm... Labyrinth, ne? Oder wartet wir, schauen mal, ob es vielleicht noch was Schöneres gibt an Artefakten. Aktiviere dreimal. Minus-Tugend. Aber auf Betäuben und schon... Naja, ist ja nicht so das Wahre, oder? Ah, und plus Stressschaden ist sowas von doof. Widerstand gegen Bluten sollte man eigentlich, ne? Aber ich mag keinen langen Sitz machen. Ja. Ja. Na, das ist schon nicht schlecht. Ach, immerzu diese plus Stressschaden. Wir brauchen keinen Stress. Ihhh... Auf plus gehen wir ja eigentlich nicht. Plus... Ach so, wir müssen ja die... Ne, 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 ne. Hm... Hm... Unholen... Ne... Ne... Ja, dann das. Ja... Ne, das nicht. Das hier. Ja. So. Wir nehmen mit Maja auf. Auf alle Fälle. Magdalena. So. Ich würde gern Alaric mitnehmen, aber... Da brauchen wir noch ein bisschen Geld. Nehmen wir Gudrun wieder mit, ne? So, Gudrun. Und vielleicht Grimmbord, oder? Hm... Hm... Oder mal Grisselda oder Mystic. Oder... Na... Ne, Naub. Naub, den wollen sie ja nicht dabei haben, ne? Ja, ja, ja. Tars. Moment. Tars. Ja. Haben wir noch jemanden, den wir aufleveln müssen? Diana. Diana. Ähm... Jo. Diana. Probieren müssen wir mit der Truppe hier. Ist jetzt nicht ideal. Aber... Ja. Probieren sie. Ist jetzt nicht die idealste Truppe. Muss man dazu sagen. So. Hier sieht gut aus. Diana. Traumhaft. Magdalena braucht noch ein bisschen was. Haben wir aber kein Problem mit. Die ist voll. Diana auch. Magdalena natürlich nicht. Ganz klar. Und... Ja. Achso. Ne. Perfekt. Aufbrechen. Aufbrechen. Und... Gepäck. Ähm... Ja. Ja. Seht ihr hier im Waldzimmer unterwegs. Im Wald... Wir machen mal. Weil irgendwie... Das finde ich super. So. So. Und dann... Ich bin da ein bisschen Schisser heute. Deswegen, ne. Ich bin da heute ein bisschen Schisserig. So. Bei denen hier so. Schlüssel haben wir noch nicht, ne. Reichen drei? Reichen drei, oder? Reichen drei? Reichen drei, oder? Achso. Im Wald können wir noch ein bisschen Gift. Entgiftung. Oder Entgiftung. Schaut mal hin! Schaut mal den Mist an! Gut, ich hab viel Nahrung, ne. Und Nahrung ist, glaub ich, richtig teuer. Naja, was soll's? Auf geht's. Ich wusste, dass diese Schritte einmal war. Jetzt sind sie so schwitzt wie meine eigenen Ambitionen. Uh, das... Da geht's ja schon gut los. Eine Geheimtür. Moment mal. Das nehmen wir natürlich jetzt nicht mit. Sondern kommen dann zum Schluss hier rein. So. Das ist der große Blauen jetzt. Ey, wartet mal. Jetzt hab ich gar nicht geschaut. Jetzt hab ich echt nicht geschaut. Leider, ob ihr da alles... Naja, jetzt muss ich's einfach so nehmen. Okay, dann. Auf geht's. Und, was haben wir hier? Beute? A handsome reward. Jo. For a task well performed. Well performed. 60, 60. Im Grunde ist egal. Mach mal. Danke. Ach so, jetzt haben wir natürlich wieder das Stressproblem, ne. Däh, weil wir keinen, wir haben keinen dabei. Äh... Es könnte... Es könnte... Ja, es könnte... So, hier haben wir schon mal was... Schönes. Eine Fackel nämlich. Und... Ja, wir haben, glaub ich, zu wenig Schaufeln, wenn ich das grad so sehe. Und hier, wenn wir reingehen, würde ich trotzdem noch mal aufhellen das Ganze, ne. So, wen haben wir? Jo... 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 Ach so, die kommen zuerst dran. Die bluten einen, glaub ich, voll noch. Ne? Aber... Wir wollen... Warum kommen die eigentlich zuerst dran? Oh, es ist ein Geblute hier. Und noch... Schaut mal hin, wir haben noch... Wir haben... Wir haben... Wir haben keine Chance. Ich finde immer, wir haben keine Chance hier. Boah. Ist ja der Wahnsinn. Wir haben echt keine Chance. Finde ich... Finde ich irgendwie... Nicht nett. Dass wir uns keine Chance hier geben. Finde ich... Oh, Gifthau, natürlich. Oh, der kann ja gar nix. Der kann nur Gifthau. Ah... Das ist ja doof. Ach, komm, probier's. Hm. Elf. Siebzehn. Naja... Das war gar nix, ne? Oh, bluten die uns jetzt voll. Wisst ihr ja hoffentlich. Ah, die sind so nervig. Schaut mal hin, wir haben gar nix geschafft hier. Gar nix. Also so gar nix. Wir kommen immer zu dran. Ich fang schon wieder an mit jammern, aber schau doch mal hin. Das ist... So viel haben wir gar nicht... So viel hab ich gar nicht hier. Vier Schaden. Oh, das... Das nervt. Das nervt so... Dermassen. Ich glaub gar nicht, wie sehr das nervt. Vier und fünf. Ist mir klar. Ist mir echt klar. Vier und fünf. Einen. Wir haben grad mal einen. Und es geht wieder los. Es geht wieder und es geht wieder los. Es geht wieder und es geht wieder los. Und vor allen Dingen, warum die immer zu kritisch raushaben, verstehe ich sowieso nicht. Ich mein, man kann doch nicht nur kritisch raushauen, oder? Ist doch auch nicht... Ich weiß nicht. Ist doch auch nicht richtig... ...durch doch, das Ganze. Obliteratet. Wann hau ich denn mal einen kritischen raus? Also mal, abgesehen von jetzt. Ach, hör doch auf! Das nervt doch. Es nervt. Leicht. Nervt wirklich. So ein... ...futscher. So. Butter victory. Wir müssen auf alle Fälle einen Schlüssel... ...verhalten. So. Oh, ich sag das doch. Ich hab's gewusst, dass hier tausende von... Ich hab's gewusst. Dass es hier tausende gibt. Ähm, Moment mal. Ah, da bin ich mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ah, Mist. Ich weiß es echt nicht. Das hier? Ach. Ach. Ach, verdammt. Verstörendes Totem. Ach, das ist doch blöd. Warten wir hin. Naja, gut. Dann hat sich's zwar jetzt nicht... ...super gelohnt, aber ein bisschen... So, jetzt wird's interessant. Wer stellt sich uns... ...buah, die sind doof. Und... ...also hier... ...hier ist der hier völlig fehl am Platz. Das wisst ihr, ne? Ah. Tja. Ob wir uns halt dort sind. Hm. Aber bluten geht doch, oder? Halbwegs. Nein. 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 Das Glück ist uns wirklich unwahrhaft nicht holt. Können wir vergessen. Hm. Der ist schon markiert, mein Freund. Aber danke. Ist in Ordnung. Hab ich nichts gegeben. Ja. Das ist klar. Hm. Wartet mal. Drei bis acht. Elf. Ja. Das ist immerhin... Aua. Ja, ich weiß. Also, ich seh's. Ich probiere schon, dem entgegenzuwirken, aber... Viel wird ja nicht geheilt. Hier. So. Probieren wir's hier. Aber ich glaub's nicht. Doch. Aber nur viel. Wow. Ist aber nicht schlecht, mein Freund. Aber gegen einen kritischen, ne? Oh, wie dick. Nein! Ach, ich versteh's, ne? Das ist mir... Ach, wisst ihr? Das... Ach, das macht keinen Spaß. Immer jeden Run, ne? Jeden Run und schon bei den ersten Kämpfen, ne? Hat mir schon immer gleich den Tod vor Augen. Das find ich echt blöd. Ich find's blöd. Der Formation ist broken. Maintain the offensive. Ja, ja. Ist ja gut. Ach, halt. Ach, und dann noch mal. Nee! Ach! 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 Hm. Hm. Tja. Ihr hört mich schweigen. Ihr hört mich echt schweigen. Das ist ja schlechte Truppe, ne? Ich habe bis jetzt noch keine anständige Truppe gehabt. Keine Ahnung. Ich habe keine anständigen Truppen, die mal so ein bisschen... Wisst ihr, wo man sagt, oh. Das macht Spaß, mit der Truppe durch die Lande zu ziehen. Und das sind erst die ersten Kämpfe? Da ist noch nichts großer. Ach, warum ist denn jetzt... Oh, jetzt haben wir schon wieder eine Barbarin verloren. Die Barbarin sind gut. Was mag die wirklich? Ach, das ist schade. Ach so, wartet mal. Wenn der mit dem einen Pfeil da schießt... ...dann ist es ja doof, ne? Hm. Ja, wenn der mit dem Pfeil hier schießt, dann ist es doof, ne? Weil das kann... Was heißt denn das jetzt hier? Fernkampf. Zufällig... Ach, zufälliges Ziel. Ja, das ist doof. Tja, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt draus gehen... ...ist natürlich das große Problem... ...wir haben kein Gold. Wenn wir hier drinnen bleiben, ist das große Problem... ...wir haben keine Chance. Deswegen... ...habe ich keinerlei Idee. Ich habe echt keine Idee. Ich habe wirklich keine Idee. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es schon... ...dass wir jetzt raus müssen. Weil... ...mit der Hustentruppe hier... ...da kommen wir nicht weiter. Ändert aber nichts an der Tatsache. So, was haben wir hier jetzt? Acht, sieben, passt. Hm. Vier Schaden. Noch eine Runde. Hm. Was müssen wir denn da noch... ...brauchen wir jetzt mehr so... ...aber die habe ich wahrscheinlich alle weg, ne? Die... Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich unbehaftig nicht. Wir gehen auf alle Fälle in den geheimen Raum... ...und nehmen das noch mit, ne? Das ist ganz klar. Hm. Ja, ich bleibe nicht hier. Braucht er... ...gar nicht zu glauben, dass ich hier bleibe. Jo, das können wir auch noch mitnehmen. Hm. Indem wir... ...uns vollfuttert. So, was ist denn hier noch? Jo. Das brauchen wir jetzt zwar nicht unbedingt... ...allerdings, da ich ja eh nicht mehr weitergehe. Hm. Hm. So. Ach so. Warte mal. Ja. Nee, passt. So, dann... ...hier rüber. Ach so, dann können wir auf alle Fälle noch... ...in die andere Richtung. Können wir eigentlich, ne? Können wir zumindest noch mal hier rüberschauen. Äh, ist schade, ne? Ich hab alles, glaub ich, weg, ne? Ja. Ach so. Ah, okay. Ja, das wird eine... ...mehr oder wenig eine kurze Folge, ne? Dann werden wir noch mal ins Dorf reingehen... ...und dann schauen, was wir verkaufen können... ...um die nächste Truppe dann auszustatten. Ein paar Goldstücke hier... ...haben wir ja. Hm. Nehmen wir die Maja gleich noch mal mit. Allerdings... ...mit einer anderen Truppe zusammen. Und hier... ...unsere Magdalena... Na gut, die müsste... ...hint... ...wartet mal. Vielleicht... ...wenn das wirklich so ist, wie ihr das sagt... Nein! 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 Ach, nee! Warum? Ein wundere General... ...lose Lose und regroupt... Ach... Ach, kommt! Jetzt wollen sie uns... ...vier verkack eiern! Jetzt lassen sie uns nicht zum... Ach... ...das machen die doch wirklich mit Obst... ...oder... ...sag mal... ...wirklich! Ach, wir haben Pech, oder? Wir haben so viel Pech... ...we können wir denn so viel Pech haben? Ach, wie kann man denn bitte so viel Pech haben? Ist da irgendwas um die Krankheit? Ich weiß, ich jammere viel, aber... ...weil, ich find's sehr viel Pech. Äh, gegen Bluten... Warum nicht? Hm... ...verhindert... ...also ich hoff, ne? Äh... ...Bluten wird entfernt... ...vergiften wird entfernt... ...ja, das ist schön... ...Heilung... ...plus zwei Geschwindigkeit... ...ist nicht das Schlechteste... ...Wie haben wir denn noch? Sieben... ...wir haben jede Menge... ...äh... ...achso, wir haben jede Menge Stress außerdem, ne? Wow, wartet mal... ...was hast du hier? Hm... ...Stress... ...gelindert... ...fünfzehn... ...Stress... ...schauen wir eigentlich das Schönste... ...weil die... ...ne... ...so, bin ich mal gespannt... ...ob die... ...ob diese... ...ja, ich bin nicht in der Lage... ...ja, die... ...ich glaub, die Theorie, die These stimmen... ...dass man... ...wenn man hier mit vollem Licht... ...rastet, dass da auch niemand kommt... ...ich glaub, die Theorie ist nicht das Schlechteste... ...so, walken wir uns... ...in die Höhle des Löwen, ne? ...ich will den Geheimraum... ...mhm... ...die Frage ist nur... ...wartet mal... ...wir machen das erst mal so... ...so... ...so... ...wie sieht's aus mit... ...Giftshitz... ...ah... ...ja... ...ja, ja... ...das ist mir klar... ...das ist mir schon klar... ...und wieder gezeichnet... ...mit... ...mit Zeichnen haben sie's hier, ne? ...ja... ...die sind gleich... ...da hin... ...oder, warte mal... ...was sind das hier? ...das gefällt mir... ...och, schade... ...ähm... ...zeig... ...fass kein Schaden... ...fass keinen Schaden machen die... ...ich... ...ing... ...heruch... ...hwach!! ...und er revanchiert sich gleich mit... ...verfleischen!!! Na, der war besser... ... slideshow... ...wir nicht schlecht... Ach komm, Maja! Bist du wirklich so wahnsinnig schlecht? Ist ja kaum zu glauben. Hm, kann man Glück haben. Gib ihnen keine Karte. Hast du eigentlich zufällig hier ein Trinket, was die Tugend erhöht? Ne, war ja nur ein Vorschlag. Ähm, du musst auf alle Fälle... Ne, warte mal. Ne. Wieso kannst du nicht mit, mit ihr tauschen? Oh Gott. Warum verstehe ich nicht? Ist nicht so gut. Na klar, widersetzt. Ach, heul rum. Ich heul rum, ne? Ich heul echt rum. Warte mal. So, ich heul richtig rum. 13. Nett. Nett. Sag's mal so, ne? Ihr seid schon gut. Aber ich kann doch den jetzt zu dritt hier drin durchschicken, oder? So. Jetzt hab ich alles raus. Auf der anderen Seite. Ich denke, wir kommen dann durch. Ich denke, wir kommen mit den dreien weiter. So, wir verlassen noch 8. Du bist weg. Jaja. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen heilen. Wie viele machst du? Vier. Jo. Ähm. Ach so, du kannst es wieder nicht. Ach so, das ist auffallend, warte. So, jetzt. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, ne? Wie viel haben wir... Oh, das ist aber noch so viel. Und jetzt hab ich das hier und... Ne. Das hat wenig Sinn. Ich sag's nicht gern, aber... Denkt ihr, ich hätte's noch geschafft mit den dreien? Hm. Ähm. Ich weiß... Ähm. Was sind das jetzt gewesen? Hallo. Könntet ihr... Ja, von mir aus. Ähm, nee. Achso, wartet. Nee, hör doch mal auf, euer Blödsinn hier. Es ist doch ein Blödsinn, oder? Also. So, ähm, mach. Nee, halt du. So, bei geht's. Schlüssel. Bitte schön. Noch immerhin. Ja, ist gut. Ähm, das hier weg. Das hier weg. So, und das kann von mir aus weiter hier hin. Hier hin verschimmeln. Na, wohl, oder? Kann man daraus raus? Nee, ne? Ja, das war's. Das war's. Ich geh fort. Tja, das... Nicht schön. Ja, ich weiß. Ja, immerhin so viel, dass wir unseren nächsten Run finanzieren können. Ja, ich weiß. Krankheit geheilt. Entfernder Tick. Sehr schön. Ja, dann schauen wir mal wieder in die zur Kutsche. Ja, Nahrer. Danke. Danke, dass ihr mir immer Nahrern schickt. Ach so. Helmbad. Boah, das... War das nicht mal mit 800 oder sowas hier? Gefällt mir irgendwie überhaupt gar nicht. Luise will hier gar nicht. Die will trinken und saufen, Luise. Nee, will sie auch nicht. Was ist denn mit dir, Luise? Will im Dorf nur gegeißelt werden. Ja, Luise. Luise. Hm. Nee, Luise, das geht so nicht. Das geht beim besten Willen nicht. Okay. Schildmeid. Was willst denn du? Du willst nur in die Gebetshalle. Will im Dorf beten. Eieiei, diesmal haben wir natürlich Ticks ohne Ende. Schlecht. Ich sag's euch. Ist ein bisschen schlecht. Ähm. Ja, das... Wartet mal an dich. Tollwut. Hm. Na ja, dann könnten wir eigentlich wieder mal mit Fark hier... Ja, wir brauchen einen Run. Wir brauchen jetzt wieder einen Run. Den wir mal zu Ende bringen, ne? Ja, beim nächsten Mal, ne? Beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao!